Das ist wichtig. Du führst in diesem Event und hast eine gute Chance auf den Gesamtsieg. Halt dich einfach schön vom Ende des Felds fern, dann wird alles gut. Schick, schick so weit. Da scheidet der Erste aus. Halt dich vom letzten Platz fern. Und noch einer ist aus dem Rennen. Kleiner Kratzer. Ich kümmere mich später drum. Und der Erste geht wieder ab. Mit so einem Oldtimer, die sonst nie so abgehen würde, zieht der einfach hier. So als wäre der gar nichts. Leichte Kamera hochziehen. Kleiner Kratzer. Also ganz im Ernst. Auf diese Rennpline habe ich langsam die Handel nicht mehr. Wie schnell ist der da vorne? Höchst, hoch, der Topspeed kann der nicht toppen von der Konverde, ich war auch. Ich meine, der hat die Karate, die die schon schnell. Wo denn bitte? Ich konzentriere mich. Ich werde dieses Event weg nicht. Neustarten. Weil, kein Sinn. So ein Oldtimer manchmal, die Reaktion darauf, muss man mal verstehen. Manchmal hat dieses Spiel einen sehr unrealistischen Faktor. Gerade auch jetzt. Fährst selber die Kamera, schließt die Schnelldiener. Fährst andere Kamera, die Schnelldiener. Du fährst die schnellste Kamera, bis so lange rumst du. Ist jetzt der Letzte? Er muss, muss man nicht gestalten. Ein weiterer Flatter ist schon weg. Der ist schon weg von allen. Und welcher Leistung wäre denn so schnell? Kämme den Sinn. weswegen man hier die Kappe klinken, die außen mega schnell ist. Jetzt müssen wir mit diesem Auto da vorne abzugehen, als wäre sonst was los. Ich kann hier schauen, weil jetzt nicht mein Nachteil gerade, dass ich da gerade geleistet habe. Noch 5 Fahrer im Rennen, zeig's ihnen. Ja, er geht doch noch. Auch sehe ich jetzt nichts vom Äußerungen an mir. Ja, noch muss ich durchhalten. Top 4 ist gut, Top 3 ist aber besser. Push weiter. Eine Top 3 Platzierung ist dir sicher, aber jetzt fahr auf sie. Erster ist besser. Erster ist das Beste. Top 3 schlicht. Was weiter? Naja. Geht viel besser. Nämlich mit dem ersten. Mehr Skalspedal drücken mit einem Achtungszeichen unten, kann ich leider nicht. Du bist in einer komfortablen Position. Gib weiter dein Bestes. Die Strecke führt über öffentliche Straßen. Der Belag kann also ziemlich uneben sein. Haben wir's geschafft. Das ist Kirkwood. Dieser Kerl ist für seinen aggressiven Stil bekannt. Pass schön auf dein Heck auf. Nicht schlecht, nicht schlecht. In Ausscheidungsrennen geht es hart zur Sache. Sei also aggressiv und fall nicht zurück. Oh ja. Ein weiteres Rennen. Jetzt geht's los hier. Die Kollision hast du Zeit verloren. Versuch das wieder aufzuholen. Das ist mega leicht. Die Kollision ist schön. Aber wie gehen die denn hier wieder ab? Nee. Niemals mehr. Also das war kein zivilisierter normaler Start. Da scheidet der Erste aus. Halt dich vom letzten Platz fern. Ich hab keinen Widerstand zu merken mit der Karre. Das Gewicht ist von der Karre so wenig, so mau. Sie ist eigentlich so schnell. Irgendwas haut da nicht hin. Fünf Stand noch so viele vor mir. Das wird aber heftig, ja. Hau doch endlich ab hier. Und dann bringe ich halt zum Drehen. Wer auch immer. Oder wie auch immer. Wenn man die an dem Arsch klebt und du einen kaum ein bisschen vorbeilässt. noch ein Fahrer ist ausgeschieden. Fall nicht zurück. Wie schnell ist der denn da vorne? Wie schnell? Also diese Karre kann ich gerade ver- jawoll. Was geht hier jetzt ab? Schiebt mich halt einfach wild. Und die Karre einfach sinnlos ausgebrochen ist gerade. Boah, also gerade pisst mich ein bisschen an hier. Die Karre auch noch am abkrepeln, ey. Ne, ne, ne. Das sind nicht die schnellsten Karre. Na ja, so sind. Definitiv nicht. Das Autoklassen da vorne habe ich beide schon überholt. Die sind beide total lang. Aber nein, als erster gehen natürlich ab. Wenn du noch einen hinter dir lässt, sind dir die Top 3 sicher. Ja, ich komme da nicht mehr ran. Das ist... Komischerweise nicht möglich. Egal wie man fährt. Auch wenn man gerade mal so scheiße fährt. Aber die Karre ist wirklich für ein Arsch. Das ist einfach kein normales Rennen mehr. Du bist in den Top 3. Gib dich damit nicht zufrieden. Das ist einfach Schrottkarre retten, damit es hier übrigens so nah hat. Gerade der VW. Mit dem kannst du nichts reißen. Der zieht hier mit dem VW davon, als wäre das ne... Speedcarre, die es hier jetzt hierhin gibt, ey. Was war das zu Teufel, Mann? Was war das zu Teufel, Mann? Was war das zu Teufel, Mann? Musik mit dem Tiefel, Mann, Mann! Den bekam natürlich nicht. Mal ob wir die Kurve irgendwie gut machen können nochmal. Du misch die Ausscheidungsserie förmlich auf. Wir Herzen der Fans fliegen dir zu. Jetzt bin ich noch dort angeeckt. Güss, die Karre steht im Achtungszustand, Alter. Lenksäule ist doch schon im Arsch. Hoffentlich reicht der zweite, um es hier positiv abzuschließen. Wir müssen unbedingt die kommende Saison promoten. Es wäre sehr hilfreich, wenn du Sponsorenziele erfüllst. Oh. Nicht schlecht, Herr Schwächt. Nicht schlecht, Herr Schwächt. Bei diesem Rennen hier werden wir uns später wiedersehen. Und erstmal bis denn, Leute. Tschö, tschö.